Am Schluss erzählst du uns an die Geschichte der Franziska O. Also sozusagen, das ist so eine Generationengeschichte, oder? Die zeigt sozusagen, wie Aufstieg funktioniert. Kannst du das noch ein bisschen? Das habe ich irgendwie spannend gefunden. Das ist eine Sache, die natürlich sehr ins Persönliche hineingeht und die mit ein Grund ist, warum ich dieses Buch überhaupt geschrieben habe. Wir haben ein bisschen die Familiengeschichte recherchiert. Und da kommt natürlich, wie bei fast allen Menschen, die in Wien geboren sind, die Urgroßmutter vor, die böhmisches Dienstmädel war. Das klassische böhmische Dienstmädel. Es war mir nicht immer klar, dass diese Geschichte in dieses Buch gehört. Bis mir plötzlich schlagartig zu Bewusstsein gekommen ist, ja, genau diese Geschichte gehört da hinein. Weil sie zeigt... Ich habe das super gefunden. Das ist die Verdrängung, die bei uns passiert, oder? Ja, nicht nur die Verdrängung. Es ist eine ganz klassische Migrationsgeschichte, die vor 100, 120 Jahren in Wien stattgefunden hat, die sich jetzt einfach wiederholt in anderen Ländern. Aber das böhmische Dienstmädel, das aus dem Dorf in die Großstadt Wien kam, um einmal auszuprobieren, wie ist das, allein zu leben? Was kann ich machen? Ich habe nichts gelernt. Was ist die einzige Möglichkeit, die ich habe? Ich kann in ein privates Haus gehen. Auch die Erfahrung, was für ein Leben wäre vielleicht noch möglich, wenn ich einmal weg bin von daheim. Eine Erfahrung, die oft endet in Enttäuschungen. Also im Fall dieser Urgroßmutter, meines Mannes in dem Fall, ist es schlecht ausgegangen. Also die hat ein unnötiges Kind bekommen, musste das Kind weggeben, das Kind kam ins Waisenhaus. Das ist eine ganz, ganz schmerzhafte Geschichte, die allerdings millionenfach passiert, auf der ganzen Welt heute noch. Und erst wenn uns bewusst wird, dass das unsere eigene Geschichte ist und dass das nicht irgendeine fremde Geschichte ist, sondern in uns allen drinnen steckt, dann ist, glaube ich, ein bisschen was gewonnen an Erkenntnis.